Du arbeitest auch schon lange im Tourismus, natürlich. 35 Jahre. Ich bin Manoles. Ich bin der Besitzer von La Verna. Ich habe 30 Jahre in der Hotel Capade. Und ich bin der Job. Und ich habe Bar gemacht, Restaurant und alles. Wir sind in den siebten Jahren jetzt. Ich wollte das sehr lange machen. Aber ich habe die richtige Zeit gesucht und ich habe das gemacht. Das ist alles ganz fresh. Wir gehen jeden Tag reinkaufen. Und wir machen alles was die Gäste möchten. Aber die griechische Essenz ist perfekt. Und der Grill. Ein Grill mit Feuer. Die griechische Bühne. Das haben nicht andere Rezepte. Die griechische Bühne. Ich möchte sehr gerne mit den Gästen behalten und bedienen. Das war mein Job und ich habe das erlebt. Wir sind in Kolumbia. Wir sind in der Eucalyptusstraße. Neben uns der Oasis Cafeteria und das Porto Royal Hotel. Und wir sind von 10 Uhr morgens auf bis 24 Uhr. Wir freuen uns, euch zu besuchen. Und wir sind sehr willkommen. Bis zum nächsten Mal.